Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich euch mal mein neues Buch vorstellen wollte Keto Quick Start und wie der Name schon sagt, soll es ein Buch sein, was euch kompakt und schnell in die Ketose bringen kann ohne großartig drum rum zu reden, ohne großartig wissenschaftlich das Ganze aufzubereiten einfach geschrieben, aus eigener Erfahrung, natürlich mit wissenschaftlichem Hintergrund und dieses Buch soll euch einen Leitfaden an die Hand geben, wie ihr eine ketogene Ernährung umsetzen könnt und worauf ihr zu achten habt Zuerst einmal so generell vielleicht, was ist überhaupt eine ketogene Ernährung, wodurch zeichnet sich das aus warum sollte man so eine Ernährungsumstellung vielleicht mal ausprobieren oder machen und was muss man da grundsätzlich bei beachten, bevor ihr euch natürlich ein Buch kauft wo ihr gar nicht wisst, worum es jetzt eigentlich geht Nun, zum einen, was isst man eigentlich in einer ketogenen Ernährung Man versucht die Kohlenhydrate so niedrig wie möglich zu halten Meistens so zwischen 20 und 50 Gramm Je nachdem, natürlich auch wenn man Sport macht, kann man auch mal ein bisschen höher gehen auf 100 Gramm und Ziel der ketogenen Ernährung ist es eben dem Körper die Kohlenhydrate vorzuenthalten damit er auf Fettverbrennung und alternative Energiequellen zurückgreift Hauptsächlich isst man sehr viel grünes Gemüse Man isst aber auch Fettquellen wie zum Beispiel Avocado, Kokosnuss oder Oliven Andere Fettquellen und Nüsse gehen natürlich auch Man nimmt auch sehr viele verschiedene Öle sehr gerne mit dazu Kann aber auch ein paar Früchte essen, wie man hier oben sieht Obwohl die natürlich relativ viele Kohlenhydrate enthalten Da muss man schon ein bisschen mehr auswählen Der zweite große Punkt ist natürlich fettreiches Fleisch Es kommt nicht auf den Proteingehalt an in dieser Ernährungsform Das heißt, der Proteingehalt liegt bei ganz normal 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Bei Sportlern darf es natürlich auch ein bisschen mehr sein Aber das ist keine Ernährung, wo die Kohlenhydrate niedrig gehalten werden und die Eiweißquellen eben so hoch im Kurs stehen Vor allen Dingen achtet man bei dieser Ernährungsform eben auch auf fettige Varianten Es wird zum Beispiel jetzt nicht Putenbrust gegessen sondern lieber gleich das ganze Hähnchen, wo eben auch die fettige Haut mit dabei ist Genauso sollte man darauf achten, dass man eben dann auch fettige Fische zum Beispiel zu sich nimmt Aber auch innere Organe, wie zum Beispiel Leber, sind sehr gut geeignet um eben den Vitaminhaushalt generell sehr in die Höhe zu treiben Was hier natürlich dann auch nicht fehlen darf, sind ein paar Früchte Zum Beispiel Beerenfrüchte, die sind sehr niedrig im Anteil von ihren Kohlenhydraten und dementsprechend auch sehr gut geeignet Um eventuell auch mal ein bisschen mehr Kohlenhydrate einbauen zu können nutzt man hier auch solche Sachen wie zum Beispiel Schia-Samen oder andere Samen Natürlich auch sehr viele Nüsse, da ist manchmal auch ein bisschen Kohlenhydrate enthalten Aber vor allen Dingen in fettigen Gerichten oder in fettigen Nüssen machen die Kohlenhydrate nicht viel aus Es darf aber auch mal Süßkartoffeln, Reis, Vollkornreif, Vollkornprodukte zum Beispiel gegessen werden Kartoffeln eher weniger, aber gerade wenn man Sportler ist und ein bisschen höher gehen kann mit den Kohlenhydraten ist das auch erlaubt, es ist aber nur ein sehr geringer Anteil Und dementsprechend ist man mit dieser Ernährungsform sehr hoch im Anteil von Fett und nicht Protein Man versucht so ungefähr mindestens 70% Fett in der Ernährung zu haben Dann ungefähr 20% Protein und 10% oder 5% je nachdem was man erreichen möchte dann an Kohlenhydraten Was passiert jetzt mit dem Körper, wenn er so wenig Kohlenhydrate bekommt? Nun, viele vergleichen das mit einem Fastenzustand, nennen diese Ernährungsformen dann auch Hungerzustand wenn der Körper eben anfängt Ketonkörper als Ersatz für die Glucose zu produzieren Es ist aber kein Hungerzustand, denn es ist nun mal so, dass wir genügend Kalorien aufnehmen und der Körper genügend Energie hat, um seine tägliche Arbeit zu vollziehen Da wir die Kohlenhydrate und die Glucose natürlich dann rauslassen, ist es so, dass nach einer bestimmten Zeit meistens immer so ungefähr 1-2 Wochen, dann passt der Körper sich an und bildet anstatt Glucose Selbst eine alternative Energiequelle und zwar die Ketonkörper Weiterhin erhöht er die Fettverbrennung, was natürlich für Ausdauersportler und generell Sportler, die sehr viel arbeiten sehr viel am Tag natürlich trainieren und auch Leute, die abnehmen wollen, einen Vorteil darlegt weil natürlich diese Fette, die ich dann loswerden möchte, verbrannt werden und Fett ist der bevorzugte Energieträger des Körpers und hier geben wir ihm dann die volle Dosis an Fett Die Ketonkörper haben noch weitere Vorteile im Körper zum Beispiel, dass sie auch entzündungshemmend sind oder die Regeneration generell dadurch fördern und andere Vorteile haben, zum Beispiel fühlt man sich extrem wach im Kopf man braucht weniger Schlaf, ist sehr viel erholter und man hat über den ganzen Tag gesehen eine sehr konstante Blutzuckerkurve also das berühmte Mittagstief, das bleibt dann aus Die Ketonwerte kann man auf unterschiedliche Art und Weise messen das kommt auch in dem Buch vor hier zum Beispiel im Blut kann man sie messen man kann sie mit einem Atemalkoholmessgerät messen mit speziellen anderen Messgeräten oder Urinstreifen das wird in dem Buch dann auch behandelt, wie man das macht Nun, welche Vorteile hat diese Ernährungsumstellung für Sportler? Hier sieht man zum Beispiel meine Spiroergometrie einmal, wo ich ganz normal mit normaler Ernährung und sehr viel Kohlenhydraten in der Ernährung gelaufen bin das ist diese orangene Linie hier unten das ist meine Fettverbrennung dann sieht man hier die Kurve, diese blaue Kurve das ist eben der respiratorische Quotient heißt das Ganze, wenn der über 1 geht, laufe ich nur noch auf Kohlenhydrate das bedeutet hier diese hellblaue Linie das war meine Linie vor der Umstellung und hier bei diesem Tempo das müssten ungefähr 16 kmh oder sowas sein bin ich dann voll auf Kohlenhydrate gelaufen und habe nichts mehr an meinem Fett verbrannt, wie man hier sieht also hier ist man schon wirklich an dieser 1 dran nach der Umstellung auf ketogene Ernährung schon nach einem Monat bin ich ohne Kohlenhydrate gelaufen und hatte eine Fettverbrennung, die gut das 3-, 4-fache gewesen ist also man sieht sehr deutlich diese neue orangene Linie hier oben die sehr weit auch in den höheren Bereich hineingeht und ich kann dann auch höher intensivere Einheiten zum Beispiel auch einen 10km Lauf oder einen Halbmarathon locker in meiner Fettverbrennung laufen spare dadurch natürlich die Kohlenhydrate die dann erst wirklich in sehr hohen Intensitäten gebraucht werden und da komme ich dann relativ selten rein das ist natürlich der Vorteil gerade bei einem Marathon oder noch längeren Strecken dass ich eben sehr lange auf meinem eigenen Körperfett laufen kann und die Kohlenhydrate spare auch für Menschen, die natürlich abnehmen möchten ist eine erhöhte Fettverbrennung natürlich von Vorteil da sie das Fett, was sie an sich tragen dann auch effizient nutzen können weiterer Vorteil im Sport ist natürlich dadurch dass dann mehr Fett verbrannt wird und weniger Kohlenhydrate dass auch weniger Laktat anfällt also der leistungslimitierende Faktor das Laktat neben anderen Faktoren wird minimiert hier sieht man diese grüne Linie das ist meine Laktatkurve nach der Umstellung die blaue Linie ist meine Laktatkurve vor der Umstellung mit Kohlenhydraten und jetzt kommt was Interessantes dabei weil viele auch immer meinen man kann nicht ohne Kohlenhydrate Leistung bringen wenn man jetzt hier mal schaut habe ich eine komplette Stufe mehr geschafft als ich ketogen gelaufen bin also meine Leistung ist hier auf diesem Laktatlevel mit der blauen Kurve da konnte ich nicht mehr da musste ich aufhören weil mein Körper überhaupt nicht mehr laufen konnte nach der Umstellung konnte ich noch eine Stufe mehr laufen und demnach mehr Leistung bringen ohne Kohlenhydrate und das sollte doch schon zu denken geben wie vorhin schon gesagt auch für normale Menschen den ganzen Tag über wenn man sehr viel Stress hat auf der Arbeit oder wenn man sowieso generell viel arbeitet vor allem wenn man auch vielleicht studiert sehr viel lernen muss Prüfungsphase hat dann ist es so dass man einen Blutzuckerspiegel sieht wie er hier gezeigt wird also man isst morgens ein Frühstück und dann steigt der Blutzuckerspiegel und fällt dann aber auch sehr schnell wieder ab das heißt man hat vielleicht ein, zwei Stunden wo man sich sehr gut fühlt wo man Energie hat dann fällt das Ganze noch viel weiter ab dann kommt man meistens in so einen Mittagstief isst eventuell wieder was zum Mittag und zwischendurch immer wieder mal das ist nur aufgeteilt auf drei Mahlzeiten aber dann gibt es dann zwischendurch immer noch einen Riegel oder ähnliche Sachen und dementsprechend sieht man sehr deutlich dass diese Kurve dann auch sehr stark wieder absinkt und das ist dieses berühmte Mittagstief und wenn ich das natürlich in einer Prüfung habe die über mehrere Stunden geht ist das natürlich nicht von Vorteil wenn ich dementsprechend mich ernähre eine ketogene Ernährung würde eine relativ gleichmäßige Kurve zeigen und auch keine Einbrüche nach den Mahlzeiten das ist natürlich dann der Vorteil nun könnte man meinen dass so viel Fett in der Ernährung doch schlecht wäre für die Gesundheit nein das ist es aber nicht denn wenn man hier zum Beispiel mal schaut eine Diät oder eine Ernährungsform mit wenig Fett das ist diese hell-schwarze Balken hier oder graue Balken und eine Ernährung mit sehr wenig Fett mit sehr wenig Kohlenhydraten und sehr viel Fett wobei es natürlich hier auch auf gesunde Fette ankommt es ist nicht so dass wir uns jetzt mit verarbeiteten Produkten mit Margarine oder sowas vollstopfen nein da achtet man natürlich auf die Nahrungsmittel deshalb gibt es im Buch auch bestimmte Nahrungsmittellisten wo man sich daran orientieren kann und hier sieht man ganz deutlich dass zum einen die Körperkomposition also die fettfreie Masse und die Fettmasse insgesamt hier also die fettfreie Masse wird erhalten die Fettmasse die geht in einer sehr kohlenhydratreduzierten Diät weiter runter als wenn wir nur das Fett reduzieren und interessant ist eben auch dass zum Beispiel die Triglycerid-Werte sich deutlich verbessern in einer ketogenen Ernährung warum? ganz einfach weil der Körper lernt mit diesen Triglyceriden Energie zu generieren und die dann eben nicht nur im Blut weiter herumschwirren die Triglyceride werden hauptsächlich auch durch einen Überkonsum an Kohlenhydraten generiert HDL steigt deutlich an dadurch dann haben wir auch noch die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes Triglyceride durch HDL zum Beispiel solche verschiedenen Faktoren die sich eben deutlich bessern auch die Insulinsensitivität verbessert sich durch eine ketogene Ernährung deutlich weil natürlich auch die Bauchspeicheldrüse geschont wird und sich erholen kann und dementsprechend lernt der Körper mit den Fetten die eben zur Verfügung stehen zu arbeiten reduziert diese natürlich auch im Blut und kann damit dann auch weniger Schaden anrichten und dementsprechend ist eine Ernährung hoch im Fettanteil auch zu bevorzugen weil es eben auch positive Auswirkungen auf den Hormonhaushalt hat Cholesterin zum Beispiel wird eben gebraucht um verschiedene Steroid-Hormone zu bilden wie zum Beispiel Testosteron und wenn man eine Ernährung macht wo man komplett die Fette zum Beispiel rausstreichen würde würde es sehr schnell nach unten gehen mit den Hormonwerten und man würde das sehr schnell merken deshalb kann man eine Ernährungsform mit hohem Fettanteil sehr einfach bevorzugen wer das Ziel hat mit dieser Ernährungsform abzunehmen der wird eigentlich auch sehr gute Erfolge machen denn zum einen ist die Ernährungsform relativ einfach durchzuführen im Gegensatz zu einer Ernährungsform die einfach nur die Kalorien reduziert erstmal hat man eine bestimmte Nahrungsmittelauswahl an der man sich orientieren kann Fleisch wird nicht reduziert was sehr sättigt proteinhaltige Nahrung und vor allen Dingen die fetthaltige Nahrung sättigt eben sehr gut und dementsprechend kommt man auch weniger in Versuchung dann wirklich immer wieder mal den Heißhunger nachzugeben man braucht eine gewisse Zeit der Eingewöhnung das dauert dann auch mal ein, zwei Wochen wo man eben Heißhunger hat weil man eben noch diese Kohlenhydratabhängigkeit hat man ist abhängig vom Zucker und wenn man die überwunden hat dann geht es nach vorne also hier sieht man ganz deutlich den Vorteil einer Low Carb oder Ketogenen Ernährung in verschiedenen Studien wenn man sich das mal anschaut zeigen eigentlich alle Studien oder sehr viele Studien dass man mit einer kohlenhydratreduzierten Ernährungsform mehr Körpergewicht oder mehr Fettmasse verlieren kann als mit einer Low-Fat-Ernährung und es ist dann nicht nur auch Wassereinlagerung mit den Kohlenhydraten wie viele dann auch immer meinen sondern eben auch wirklich die Fettmasse gerade auch Organfett und ungesundes Fett was sich dann eben über die Jahre eingelagert hat bei ungesunder Ernährung ist es eben so dass hier Vorteile zu sehen sind auch wie zum Beispiel eine mediterrane Diät die viele Leute machen ist ähnlich gut weil sie eben auch sehr viele gute Fette mit drin hat Olivenöl und sehr wenig oder relativ wenig Kohlenhydrate von daher zeigt sich da ein deutlicher Trend dass eben Diäten mit wenig Kohlenhydrate Vorteil haben es ist natürlich eine individuelle Sache ob man damit klarkommt die Kohlenhydrate zu reduzieren oder nicht die Ernährungsform ist natürlich nicht für jeden geeignet sondern man muss eben das wissen was da auf einem zukommt wenn man verschiedene Vergleichsstudien hier mal ran zieht sieht man eigentlich wirklich ganz genau dass eben der Gewichtsverlust deutlich besser ist dass sich auch die HDL also dass die Blutwerte sich deutlich verbessern mit einer ketogenen Ernährung mit einer Low Carb Ernährung wenn die Kohlenhydrate rausgestrichen werden hier auch nochmal die Triglyceride also in sehr vielen Studien wird das eben gezeigt auch das Durchhaltevermögen was ich vorhin angesprochen habe ist höher bei einer Low Carb Ernährung weil man sich damit ein bisschen besser ja auseinandersetzen kann und nicht so viel Hunger hat und dann das Ganze besser durchhalten kann worum geht es jetzt im Buch genau das möchte ich aber kurz am Inhaltsverzeichnis zeigen es ist ein relativ persönliches Buch wo ich auch eigene Erfahrungen wie ich dazu überhaupt gekommen bin und ein Tagebuch habe ich auch noch eingefügt also sehr viele Sachen die ich auch aus eigener Erfahrung mit einbringe es gibt allgemeine Informationen natürlich zum Hintergrund der ketogenen Ernährung wie ist das entstanden wie sollte man das machen und das Ganze natürlich ausführlich wie misst man die Ketonwerte genau was passiert bei der Umstellung welche gesundheitlichen Aspekte sind vorhanden und es gibt natürlich sehr viele Mythen und Ängste die ich gerade schon genannt habe zum Beispiel dass gesättigte Fette oder Fette insgesamt schlecht sind Cholesterin wäre schlecht das Gehirn braucht unbedingt Glucose solche allgemeine Sätze Umweltaspekt natürlich auch mit drin Defizite in der Ernährungsweise verschiedene andere Sachen andere Probleme die auftreten können wenn man sich irgendwelche Berichte im Internet durchliest aber die so nicht stimmen gerade die sportliche Leistung wird nicht abfallen wenn man sich ohne Kohlenhydrate ernährt oder Ketogen ernährt denn die kommt auf jeden Fall wieder zurück auch Einfluss positiven Einfluss auf die Darmbakterien Verdauungsprobleme und wir brauchen auch sonst keine Angst haben vor einer gefährlichen Ketoazidose denn das passiert nur bei Diabetikern Typ 1 und nicht durch nahrungsindizierte Ketose dann die Vorteile und auch die negativen Eigenschaften natürlich es gibt auch negative Eigenschaften zum Beispiel die Umstellungsphase kann schwierig sein in der Umstellungsphase können zum Beispiel auch Darmbeschwerden kommen es kann die sportliche Leistung gerade in den ersten zwei Wochen kann die schon abfallen die kommt dann aber wieder und die Umsetzbarkeit im Alltag ist natürlich immer auch so eine Frage ist man mit der Familie zusammen kann man auch unterwegs in der Kartine sich selber was machen und so weiter dann gibt es eine Checkliste die gehen wir gleich auch nochmal durch und dann kommt der Keto Guide also wirklich ganz genau wie sieht die Vorbereitungsphase aus wie kann ich zu Hause meine Nahrungsmittel zusammenstellen was muss ich vorher vielleicht mal beachten welches ist der richtige Zeitpunkt zum leichten Einstieg zum Beispiel wie sieht dann eben die Sache mit dem Messen aus wann soll ich was messen welche Messgeräte gibt es dann verschiedene Tage was könnte auftreten in den ersten zwei bis drei Tagen zum Beispiel die positiven Effekte die dann auftreten dass man sich wirklich genau orientieren kann was ist wann los dann gibt es auch noch ein persönliches Tagebuch von mir wo ich eigentlich genau das an mir selber auch beschreibe damit man eben sehen kann wie das ist es ist bei jedem eigentlich ungefähr ähnlich und wenn man durch diese Phase durchgekommen ist ist das alles kein Problem es gibt auch sehr viele Nahrungsmittellisten hier drin mit verschiedenen Sachen die man eben kaufen kann essen kann in verschiedenen Bereichen Nüsse Grünzeug also Obst gibt es dabei Gemüse Fleisch welches Fleisch sollte man bevorzugen welche Soßen sind gut und so weiter und es gibt auch eben Ernährungspläne als Beispiel zum Beispiel gibt es hier einen Plan dann mit 1500 Kilokalorien wenn man das Ganze als Diät gerne machen möchte hier 7 Tage 14 Tage 21 Tage also 3 Wochen ganz detailliert hier auch beschrieben mit Kalorien mit Fettanteil mit Kohlenhydrate und Protein und wenn man natürlich 2000 Kalorien machen möchte nimmt man einfach ein bisschen mehr von diesen entsprechenden Lebensmitteln und man sieht auch schon sehr deutlich eigentlich dass man auch sehr viel Ketogen essen kann wenn man das möchte es gibt dann auch verschiedene Ernährungspläne ich habe auch einen vegetarischen Ernährungsplan mit eingebaut hier den kann man sich ausdrucken es gibt diese Datei dann eben auch im DIN A4 Format im Buch ist es als DIN A5 und wem das zu klein ist der kann sich das auch gerne noch ausdrucken als DIN A4 gibt es also auch dabei verschiedene Ernährungspläne habe ich da noch mit reingemacht mit verschiedenen Kilokalorien Anzahlen hier auch für 3000 Kilokalorien dass man sich zum Beispiel isokalorisch oder als Sportler eine Woche so ernähren kann dann gibt es auch noch alternative Lebensmittel Lebensmittel die man austauschen kann also wirklich Lebensmittellisten wo man schauen kann ich mag keinen zum Beispiel kein Rosenkohl was kann ich alternativ nehmen und solche Sachen sind alles da drin enthalten also eine sehr umfangreiche Sache um wirklich einen Leitfaden an der Hand zu haben den man dann eben benutzen kann bevor man dieses Buch kauft bekommt man auch nochmal diese Checkliste angezeigt und es gibt einige Punkte die ich möchte dass die vorher klar sind dass man sich wirklich auf diese Ernährungsform einlassen kann weil wenn man immer noch Zweifel daran hat möchte ich natürlich nicht irgendwie ein Buch verkaufen wenn es nachher nicht wirklich auch angewendet wird oder wenn man trotzdem noch irgendwie Angst davor hat man sollte sich mit der ketogenen Ernährung schon ein bisschen beschäftigen das macht das Buch natürlich und man sollte wissen was auf einen zukommt bevor man umstellt man ist generell auch bereit neue Dinge auszuprobieren also man kann sagen ich möchte das einfach mal machen ich ziehe das durch ich habe die Motivation dafür und ich habe auch sonst wenig Stress und kann mir wirklich auch die Zeit dafür nehmen das Ganze dann mal für zwei bis drei Wochen oder länger durchzuziehen man hat sich von den Gedanken generell gelöst und man ist relativ frei darin dass Fett und Cholesterin böse ist und dass man nicht unbedingt Kohlenhydrate braucht um auch sportliche Leistung zu bringen oder Leistung im Alltag zu bringen man ist auch bereit mal Innereien zu essen Leber Leberwurst oder Blutwurst weil dort sind eben sehr viel Vitamine enthalten man kann aber auch alternativ wenn man wirklich überhaupt gar keine Leber mag ein bisschen mehr Gemüse mit einbauen wenn man jetzt wirklich nur von Steak und Nüssen leben wollen würde das wird schon schwierig würde ich ehrlich gesagt nicht empfehlen ich empfehle eben immer auch mal Innereien und Gemüse mit einzubauen ich habe hier extra reingeschrieben du bist nicht vegan oder vegetarisch weil ich das in dem Buch nicht speziell bespreche und dass die Nahrungsmittel die ich aufzähle natürlich dafür nicht geeignet sind generell ist es natürlich möglich vegan ketogen zu leben oder vegetarisch dafür ist ja auch der eine Ernährungsplan da aber es ist nicht die Grundintention dieses Buches eben vegan das Ganze zu machen es ist aber mit dem Verständnis was man daraus hat schon möglich man sollte sich auch mindestens ein bis drei Monate Zeit dafür nehmen das Ganze umzusetzen bedeutet ich kann nicht unbedingt nach zwei Wochen jetzt schon die Vorteile erfahren sondern muss dann auch die Langzeit Motivation haben das durchzuziehen und man ist eben nicht zwingend abhängig von Mahlzeiten in der Kantine viele nehmen das dann eben als Ausrede ich muss in der Kantine essen da gibt es eben nur Nudeln mit irgendwas das ist meistens auch Quatsch weil in der Kantine gibt es meistens immer auch irgendwelche Alternativen außerdem kann ich mir Eier kochen zu Hause und die auch mitnehmen und die eben dann so nutzen das ganze Buch ist ohne großartige Fotos dabei ein paar Fotos sind dabei um das etwas aufzulockern aber keine komplette Seite nur mit Foto oder sowas sondern fast ausschließlich strukturiert auch durchgestrieben bei welchen Medikamenten muss man zum Beispiel ein bisschen vorsichtig sein und solche Sachen also wirklich ein Buch was dann auf 86 Seiten gut wenn man das Inhaltsverzeichnis und so rausnimmt 80 Seiten ungefähr wirklich detaillierte Listen und Infos bietet für eben einen Quickstart in die ketogene Ernährung es wird in den kommenden Jahren aber das wird wohl noch ein zwei Jahre dauern wird es ein richtiges dickes Buch von mir geben was aber auch mehrere hundert Seiten oder vielleicht sogar tausend Seiten enthalten wird wo ich die ketogene Ernährung ganz detailliert erkläre mit wissenschaftlichen Belegen und das Ganze wäre natürlich für dieses Buch ein bisschen viel geworden dementsprechend ist das wirklich so eine Quickstart Anleitung für Leute die sich für die ketogene Ernährung interessieren und da mal was ausprobieren wollen das Buch findet ihr auf der Seite lowcarbsport.de ist natürlich auch unter diesem Video verlinkt und dort kann man sich alles nochmal genau durchlesen was ich hier auch erzählt habe dort gibt es auch nochmal die Checkliste was ist in dem Download enthalten es gibt also wenn man sich das Buch kauft man kann sich entweder nur das E-Book kaufen bedeutet man hat hier den Download in verschiedenen Varianten in verschiedenen Formaten man kann aber auch das Buch kaufen die gedruckte Version die gerade noch sich im Druck befindet für 39 Euro und da ist aber auch das E-Book gleichzeitig mit enthalten und natürlich diese ganzen Druckversionen man bekommt dann eine ZIP-Datei wo eben alle Dateien enthalten sind und die kann man dann für sich nutzen das heißt also man bekommt hier dann wirklich eine genaue Anleitung und deshalb kostet das Ganze eben auch 39 Euro und nicht so wie viele Bücher vielleicht nur 14 Euro oder sowas weil eben auch detaillierte Ernährungslisten mit drin sind weil eben auch ein Ernährungsplan mit drin ist der genau geplant ist weitere Downloads die hier vorhanden sind so einen Ernährungsplan wenn man sich den von jemandem erstellen lässt der kostet auch schon mal gut seine 100 Euro und von daher ist das denke ich mal ein fairer Preis vor allen Dingen weil hier auch keine Firma dahinter steckt und das Ganze frei von Werbung zum Beispiel ist also ich verspreche dort oder ich sage dort nichts von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln das geht komplett ohne und deshalb bin ich da frei und kann euch da natürlich auch immer mit bestem Gewissen alles sagen auf dieser Seite könnt ihr natürlich euch gerne selber nochmal zur ketogenen Ernährung umschauen und einige Sachen hier lesen im Bereich Sport und Ernährung das soll es erstmal zu diesem Video gewesen sein und ich hoffe doch mal dass die meisten Sachen verstanden worden sind wenn es noch Fragen gibt stellt sie bitte unter dieses Video dann kann ich die natürlich gerne noch beantworten und ansonsten bin ich mit Sicherheit auch auf einigen Wettkämpfen unterwegs wo ich das Buch immer mit dabei habe wenn jemand dann mal reingucken möchte dann darf er das natürlich auch gerne machen und wenn eben noch Fragen offen sind einfach gerne stellen ansonsten dieses Buch ist eben für Leute geeignet die entweder im sportlichen Bereich ihre Fettverbrennung nochmal sehr weit optimieren wollen für Leute geeignet die vielleicht auch Diabetes Typ 2 haben und durch niedrigen Kohlenhydratkonsum ihre Blutzuckerschwankungen und ihre Insulinsensitivität in den Griff bekommen möchten aber auch für Leute die eben im Alltag fitter im Kopf sein möchten die eben die ganze Zeit fokussiert sein möchten denn das macht diese ketogene Ernährung dafür ist sie da und das bedeutet sie man hat natürlich mit einigen Einschränkungen zu rechnen Brötchen am Morgen wird es natürlich nicht mehr geben man kann auf Alternativen umsteigen aber man muss sich schon ein bisschen damit zurechtfinden eben auch neue Sachen zu probieren es gibt sehr viele Alternativen und dementsprechend ist das Ganze auch nicht schwer umzusetzen im Alltag man muss sich aber ein bisschen neu orientieren das zu diesem Video und unten drunter verlinkt natürlich dieses Buch gebt auch einfach einen Daumen nach oben wenn ihr selber vielleicht schon was gelernt habt jetzt aus diesem Video wenn euch dieses Buch gefällt oder schreibt einen Kommentar unten rein dann beantworte ich das natürlich gerne da dann